Hallo und Namaste! Schön, dass du es auf deine Matte geschafft hast zu diesem Yoga-Flow rund um das Thema Bauch und Rücken. Ich bin Sarah Lynn und ich habe diesmal einen Flow vorbereitet, der ein bisschen kraftvoller für den Bauch, für den Rücken sein wird. Das heißt, wenn du schwanger bist oder vielleicht auch akute Probleme mit dem Rücken hast, dann schau doch gerne nochmal alternativ auf unserem DRK Gesund durchs Leben YouTube-Kanal vorbei. Dort findest du Yoga-Flows zu allen weiteren Themen. Heute starten wir in der Rückenlage und dazu kannst du erst einmal ganz entspannt hier auf deiner Matte den Rücken abrollen. Wirbel für Wirbel leg dich hier einmal ab, hol die Füße gern so eine Handlänge entfernt von deinem Gesäß zu dir ran. Und dann rutsch die Schultern weg von den Ohren und schaukel den Kopf gerne ein, zwei Mal vor und zurück, sodass du die maximale Länge deiner Halswirbelsäule findest. Also eher in Richtung Doppelkinn den Kopf gesenkt. Gut, dann nimm hier mal alles an Anspannung und Anstrengung aus der Kiefer, aus der Kaumuskulatur. Löst die Backenzähne voneinander, vielleicht die ein oder andere letzte Grimasse hier, bevor du die Gesichtszüge ganz weich werden lässt. Löst die Augen gerne noch geschlossen, komm erst einmal an, auf deiner Matte, bei deinem Atem und heute ganz besonders in Verbindung mit deiner Körpermitte, all das, was den Rumpf stabilisiert, Rücken und Bauch, bring die rechte Hand mal auf den Unterbauch, so kurz unterhalb deines Nabels abgelegt und bring die linke Hand dann kurz unterhalb deines Herzens auf den Rippenbogen. Und dann beginn hier den Atem wahrnehmbar zu vertiefen, atme richtig lang in den Bauch, in deine rechte Hand ein und tief wieder aus, spür, wie die Bauch, das Gesicht zurückzieht. Und noch einmal lang in den Bauch einatmen, die rechte Hand hebt sich sanft, gemeinsam mit deiner Bauchdecke, du atmest wieder aus und zwar so tief, dass du am Ende des Ausatmens vielleicht ein sanftes Regen deiner Beckenbogenmuskulatur verspürst, atme noch ein bisschen tiefer aus und noch einmal lang ein, Bauchdecke hebt sich, tief aus, 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 Bauchdecke senkt sich und am Ende der Ausatmung halte für einen kurzen Moment, spüre die tiefen Muskelschichten dort im Beckenboden. Und von hier gehen wir weiter, atmen länger in die linke Hand ein, also du lenkst die Einatmung vom Bauch in den Brustraum jetzt, spürst das Heben deiner linken Hand und wie sich ausatmend die Rippen wieder senken, deine Hände sich gefühlt einander annähern, nur durch die Bewegung deines Atems, die Bewegung deines Beckenbodens, noch einmal in die linke Hand einatmen, spür, wie die Rippen sich sanft heben und wie sich die Hände ausatmend aufeinander zu bewegen. Der untere Bauch zieht sanft nach oben. Für noch drei letzte Atemzüge, bleib dabei, spür das Heben deiner Rippen einatmen und das Heben deines Beckenbodens mit der Ausatmung. So als wolltest du diese tiefliegende Muskulatur wie ein Korsett um deine Wirbelsäule schnüren. Von den Körperseiten bis nach vorne in den Bauch. Bleib dabei, Atem fließt, Körpermitte aktiv und dann löst deine Hände hier, bring sie an deine Oberschenkel und dann gib ganz sanften Druck mit den Händen in die Beine hinein und löst langsam die Füße entgegen dieses Widerstandes von der Matte. Bring die Knie über deine Hüften. Hier merkst du vielleicht schon so ein bisschen die Bauchmuskulatur arbeiten. Atme nochmal ein, schieb die Knie sanft vom Körper weg und mit der Ausatmung kommen die Beine wieder auf dich zu, die Hände schieben ganz sanft in die Oberschenkel zurück. Du darfst hier schon was merken, lass den Kiefer aber entspannt. Einatmen, die Beine wieder sanft wegschieben. Schau mal, dass du jetzt den Rücken über die Bauchmuskeln stabilisierst, nicht ins Hohlkreuz kippst und mit der Ausatmung kommen die Beine wieder etwas dichter. Du gibst sanften Druck mit den Händen in die Beine. Zweimal noch so einatmen und ausatmen. Oberschenkel kommen ran, Hände schieben dagegen. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Gut. Lass die Beine dort, wo du sie gut halten kannst. Bauch fest und dann streck dein linkes Bein langsam nach vorne aus. Flext den Fuß und beugt das Bein wieder mit der Ausatmung an. Wir wechseln direkt die Seite, rechtes Bein streckt mit der Einatmung. Fuß geflext, Zehen ziehen ran und mit der Ausatmung wieder beugen. Aufgepasst. Du machst das bitte weiter und schiebst, während du das Bein von dir wegschiebst, die Hand zurück in den Oberschenkel und holst das Knie dann wieder ran. Gegenüberliegende Hand schiebt ins Bein. Einatmen. Wieder strecken. Ausatmen. Ranholen. Push in den Oberschenkel. Gut. Einmal noch jede Seite. Einatmen. Fuß flext. Unterer Rücken schön lang. Ausatmen. Push in die Hand. Einmal noch. Rechtes Bein streckt. Sehr gut. Atme ein. Kleines Warm-up hier für den Core. Und push in das linke Bein mit der Ausatmung. Locker hier einmal. Sehr gut. Und schüttel die Beine. Schüttel die Füße aus. Wundervoll. Dann greif dir einmal deine Knie mit den Händen und beginne hier ein, zwei Kreise zu zeichnen. Aus den Hüftgelenken heraus. Locker hier ein wenig die Leisten, die Hüftbeuger. Und gleichzeitig ist das wie so eine kleine Massage für die Bauchdecke, für die Bauchmuskeln, die du hier gerade aktiviert hast. Zieh die Beine richtig dicht zum Körper. Kreis nochmal in die Gegenrichtung. Gut. Und hoffentlich schon ein bisschen gestärkt aus deiner Mitte heraus. Roll dein Kinn in Richtung Brust. Wirbel für Wirbel. Komm etwas höher. Und dann nimm ein bisschen Schwung aus den Beinen und komm nach oben ins Sitzen gependelt. Halte hier die Balance auf deinen Sitzbeinhöckern und versuch den Rücken ein bisschen mehr zu strecken. Schultern entspannen, aber die Füße schweben kurz oberhalb der Matte. Hol die Zehen wieder dichter ran. Wir kommen in das Boot. Du löst die Hände, wenn du magst. Für drei Atemzüge lässt du alles an unnötiger Kraft hier oben mal los, bitte. Aber aktivierst nochmal dein Muskelkorsett im Bauch. Atme ein bis zum Herzen hoch und mit der Ausatmung spüre, wie die untere Bauchdecke sich wieder zurückzieht. Du den ganzen Rumpf hier stabilisierst. Letztes Mal einatmen und ausatmen. Wunderbar, auch das geschafft. Stell die Hände mal ab, schwing die Beine zurück. Wir kommen in den Vierfüßlerstand. Gut, bring deine Handgelenke hier unter die Schultern, Finger weit aufgefächert. Bring die Knie unter deine Hüften. Auch hier zieh die Bauchdecke wieder sanft zurück und dann schieb mal ganz fest in die linke Hand am Boden und heb deinen rechten Arm in Richtung Decke. Atme hier richtig lang ein und dann komm mit der Ausatmung durch den stützenden Arm hindurchgeschlüpft. Schieb wieder in die linke Hand am Boden mit der Einatmung, heb den Blick, rechter Arm wird weit, öffne hier aus der Brustwirbelsäule und mit der Ausatmung komm wieder dicht am Boden entlang. Geglitten letztes Mal. Schieb in die linke Hand, heb den rechten Arm einatmen und um deine kraftvolle Mitte herum atme aus, leg die Schulter, dein Ohr für einen Moment am Boden ab. Krabbel mit der linken Hand weiter nach vorne, stell die Finger hier auf wie so ein Zelt, das du aufbaust und dann stell dir vor, wie du dieses Zelt weiter aufbläst mit der Einatmung. Von der Handinnenfläche bis in die Achselhöhle atmest du ein und gibst ausatmend alles Überschüssige über die rechte Schulter an den Boden ab. Gut, letzter Atemzug hier für den Stretch. Und dann zieh die untere Bauchdecke wieder sanft zurück, hol die linke Hand zu dir heran und stütz dich langsam nach oben wieder auf. Gepasst, heb den rechten Arm wieder zurück zur Decke und dann bring die rechte Hand an das Kreuzbein. Gebt dir so einen kleinen Impuls aus der linken Hand, komm nach oben, stapel die linke auf die rechte Hand, roll die Schultern zurück und schiebt das Becken hier sanft nach vorne. Öffne die Körperfront mit der Einatmung, lass das Becken schön stabil dabei, Brustbein hebt sich und mit der Ausatmung geht der Blick nach vorne und der rechte Fuß kommt an den Mattenanfang. So ein bisschen weiter nach rechts rüber, sodass du ein bisschen mehr Raum in deiner Hüfte schaffen kannst jetzt. Und dann halte das Becken stabil ausgerichtet, dein vorderes Knie über der Mitte des Knöchels, hebe langsam deine Arme nach oben, atme der Länge nach ein und die Schultern tiefer mit der Ausatmung. Halte den Kor aktiv, indem du deine Füße am Boden energetisch aufeinander zubewegst. Gut, dann schieb mal den linken Arm ein bisschen weiter aus der Schulter nach oben, streck die linke Körperseite und dann greif mit der rechten Hand unterhalb des Handgelenks hier und komm zum rechten Bein rübergebeugt. Halte das Gleichgewicht, indem du dich visuell auf einen Punkt vor dir fokussierst und gleichzeitig die Körpermitte aktiv hältst. Noch mal einatmen in die linke Körperseite. Gut, mit der Ausatmung richte dich langsam wieder auf, kreis die Arme im weiten Bogen zurück zur Erde, stell die Fingerkuppen wieder auf und dann schiebe langsam das Gesäß nach hinten, zieh die Zehen vor dir ran. Schieb dein Brustbein weiter vor mit der Einatmung und mit der Ausatmung verneig dich ein bisschen weiter vor dem rechten Bein, noch zweimal fließend, einatmen die Bewegungen aus dem oberen Rücken und mit der Ausatmung tauchst du wieder ab, auch wenn das Bein vor dir nicht gestreckt ist, versuch die rechte Po-Backe neben die linke zu senken, einatmen, heb das Herz und ausatmen, tauch wieder ab. Gut, dann beug das Bein vor dir wieder, stell die linke Hand zurück und fest in den Boden, der rechte Fuß wandert ein bisschen weiter nach rechts, du stellst die Zehen hinter dir auf und löst bitte das Knie hinter dir von der Matte. Heb den rechten Arm wieder mit der Einatmung, der Blick folgt, das kennst du schon, mit der Ausatmung drehst du dich kraftvoll über deine Mitte nach links zurück. Wieder weit öffnen mit der Einatmung, heb den Blick, der rechte Arm als Verlängerung des Linkens und ausatmen, und dreh dich zurück zur linken Schulter, einmal noch so atme lang ein. Mit der Ausatmung dreh dich nach links aufgepasst, leg den Unterarm hier ab, dreh den hinteren Fuß parallel zum Ende deiner Matte, schau, dass der Fuß wirklich fest steht und dann heb langsam den linken Arm über die rechte Schulter. Atme ein und zieh ausatmen deine Bauchdecke wieder sanft zurück, halte dich mehr aus deinem Chor, als dass du dich vorne in den Arm und auf den Oberschenkel senken lässt. Gut, einmal noch einatmen hier, mit der Ausatmung fächer dich nach oben, komm in den zweiten Krieger, setz die Schultern weg von den Ohren und dann fließ zurück zum gestreckten Bein für einen friedvollen Krieger in die Gegenrichtung. Dehn die rechte Körperseite weiter auf, das vordere Bein bleibt stark gebeugt, einatmen, spür das Heben deiner Rippen gut, mit der Ausatmung fächer die Arme in einem Stück nach unten zurück und dann stell die Zehen hinter dir wieder auf, die Hände fest geerdet und dann guck mal, ob du den rechten Oberschenkel möglichst lang am Bauch kleben lassen kannst, bevor du einen Schritt zurück gehst in deinen herabschauenden Hund. Gut, schüttel den Kopf hier mal aus und dann beug die Beine im Wechsel, geh ein, zwei Schritte auf und ab, spür in die Beinrückseiten und finde zurück zu deiner Atmung. Lass die Beine gerne noch leicht gebeugt, aber schieb das Steißbein einatmen, länger in Richtung Decke, atme aus, vollständig, zieh die Bauchdecke wieder sanft zurück am Ende der Ausatmung und dann roll dein Kinn in Richtung Brust, langsam, löst die Fersen vom Boden, Wirbel für Wirbel über so einen Katzenbuckel, bringst du die Schultern über die Handgelenke, Chor aktiv, zieh den Nabel zur Wirbelsäule mit der Einatmung, schieb das Brustbein vor, komm in die Stützposition. Gut, dann heb das Becken wieder aus, atmen, atme ein, löst die Fersen, Kinnroll zur Brust, langsam, aktiver Chor, schieb das Herz nach vorne in den Stütz, schieb dich wirklich weg vom Boden. Letztes Mal, ausatmen in den herabschauenden Hund, Kinnroll zur Brust mit der Einatmung, zieh die Bauchdecke zurück, schieb das Brustbein vor, komm ein bisschen über die Handgelenke hinaus nach vorne und dann senk hier ganz langsam die Knie am Boden ab. Wundervoll, beug die Arme dicht am Körper, komm tief auf den Bauch, Füße lang, Stirn abgelegt. Räum die Schultern weg von den Ohren mit der Einatmung, heb dein Herz, löst die Stirn von der Matte, der Blick sanft vor dir. Erste kleine Kobra, mit der Ausatmung legst du das wieder ab. Ellenbogen dicht am Körper, mit der Einatmung, Schultern zurück, das Herz hebt sich, spür die Kraft im oberen Rücken hier und mit der Ausatmung wieder senken, letztes Mal so, roll die Schultern zurück mit der Einatmung, heb dein Herz, spür die Kraft, die dich hier hält und dann löst deine Hände und leg die Unterarme vor dir ab. Schieb die Ellenbogen exakt unter den Schultern in deine Matte und heb das Brustbein wieder. Lass die Füße hinter dir abgelegt, atme wieder von deinem Bauch bis in dein Herz ein. Mit der Ausatmung zieh die Bauchdecke wieder zurück. Wir aktivieren nochmal die Körpermitte, stell die Zehen auf, schieb die Knie auf die Hüften zu. Lass das Becken stabil ausgerichtet und dann beginne langsam die Fersen nach hinten zu bewegen, die Hüften auf einer Ebene mit den Schultern zu lassen, Unterarmstütz. Lass die Gesichtszüge weich, atme ein, aufgepasst, mit der Ausatmung komm auf die rechte Fußaußenkante getwistet, die Füße gekreuzt, einatmen, wieder in die Mitte, komm auf die Zehen zurück, Becken parallel ausatmen, komm auf die linke Fußaußenkante, Füße gekreuzt, einatmen, wieder in die Mitte zurück. Letztes Mal, twiste nach rechts mit der Ausatmung, aufgepasst, bleib hier, heb den linken Arm nach oben, linke Schulter über der rechten. Seitliche Planke noch ein, atme ein, Core aktiv, schön mit der Ausatmung, senke langsam den Blick, level deine Hüften wieder, mach das langsam und dann senk die Knie am Boden ab und schieb das Gesäß zurück in Richtung Fersen für die Child's Pose. Haltung des Kindes, atme tief durch ein, und das Becken zurück aus. Öffne gerne noch einmal den Mund und das Gleiche, was du eben mit den Hüften gemacht hast, mach hier mal aus deinem Kiefergelenk, so ein bisschen von links nach rechts, die Zahn reinbewegen. Gut, dann entspann das Gesicht wieder und komm zurück in den Vierfüßlerstand. Wir wiederholen das Ganze auf der anderen Seite, selbstverständlich. Schieb einmal ganz fest in die rechte Hand am Boden und dann heb einatmen, den linken Arm. Mit der Ausatmung dreht durch den stützenden Arm hindurch und schieb dich wieder von der Matte weg. Einatmen, der Blick hebt, du öffnest weit mit der Ausatmung, dreh durch den rechten Arm hindurch. Einmal mehr, so einatmen, weit öffnen und mit der Ausatmung leg Schulter und Ohr am Boden ab. Für einen Moment genießt den Stretch hier im oberen Rücken. Krabbe mit der rechten Hand weiter nach vorne, stell die Finger auf ihn, zählt, dass du aufspannst, bis in die Achselhöhle. Atmest du ein und über die linke Schulter am Boden wieder aus. Gib Gewicht nach unten ab. Einmal noch einatmen hier und ausatmen. Hol die rechte Hand wieder zu dir heran. Stütz dich wieder auf. Heb den linken Arm nochmal weit zur Decke und dann bring den Handrücken an das Kreuzbein und komm langsam nach oben und bring die rechte Hand auf die linke. Die Knie unter den Hüften, die Schultern rollen nach hinten in den Rücken und du hebst dein Herz. Spür den Stretch in deiner Bauchmuskulatur. Atme nochmal ein. Und mit der Ausatmung der Blick geht nach vorne und der linke Fuß kommt an die linke Mattenseite. Schaff wieder Platz in den Hüften und schieb dich weiter nach vorne in Richtung Boden. Halte dein vorderes Knie über der Mitte des Knöchels und zieh die Füße energetisch aufeinander zu. Dein Becken stabil ausgerichtet. Heb dann erst die Arme. Atme ein. Atme aus. Senk die Schultern tiefer in den Rücken. Halte die Körpermitte aktiv. Den Blick sanft vor dir am Boden ausgerichtet. Gut, schieb den rechten Arm lang aus der Schulter. Spür den Stretch in der rechten Körperseite und dann greif mit der linken Hand kurz unterhalb des rechten Handknöchels und zieh dich mit dieser Länge zum gebeugten Bein rüber. Schau, dass das Knie dabei nicht zur Seite wackelt. Nochmal einatmen hier. Gut, und mit der Ausatmung komm wieder in die Mitte zurück. Löst die Arme, stell die Finger wieder auf. Schön, schieb den Po nach hinten, zieh die Zehen vor dir ran und hol die Hüften so ein bisschen auf eine Ebene zurück. Von dort beginn dich zu strecken. Einatmen, heb das Herz. Bewegungen aus dem oberen Rücken mit der Ausatmung. Tauch wieder ab. Lass nur die Fingerkuppen aufgestellt. Einatmen, wieder das Herz heben, wie so eine Welle, die dich durchflutet. Und mit dem Atem aus, wieder abtauchen. Sehr gut, letztes Mal. Atme ein. Und mit der Ausatmung tauch ab. Beug das Bein vor dir wieder. Und dann stell die rechte Hand wieder fest in die Matte zurück. Löst dein hinteres Knie vom Boden. Du kannst den linken Fuß ein bisschen weiter nach links rücken, so hast du noch mehr Platz. Und das kennst du schon mit der Einatmung. Heb den Blick, heb den linken Arm. Und mit der Ausatmung dreh dich kraftvoll zurück um die eigene Mitte. Denk dir wieder dieses Korsett, was du hier enger schnürst. Einatmen, wieder Blick heben. Und ausatmen, zur rechten Seite eindrehen. Letztes Mal einatmen. Und mit der Ausatmung dreh dich nach rechts. Leg den Unterarm vor dir ab. Und dreh den hinteren Fuß parallel zum Ende deiner Matte. Zieh die Körperseiten in Richtung Wirbelsäule. Und dann heb den rechten Arm nach oben über die linke Schulter. Schulterblatt über dir entspannt. Körpermitte fest. Atme noch mal ein. Und mit der Ausatmung komm nach oben. Krieger Nummer zwei. Schultern entspannt. Vorderes Bein bleibt tief gebeugt. Fließ zurück in den friedvollen Krieger. Bring Länge in die linke Körperseite. Einatmen. Gut. Und dann rudere die Arme in einem Stück zurück. Mit der Ausatmung stell die Zehen hinter dir auf. Und geh wieder nach hinten in den herabschauenden Hund. Geh ein, zwei Schritte spazieren. Hier spür in die linke Beinrückseite nach. Sehr gut. Und dann wieder kraftvoll aus der Mitte heraus. Wäldig nach vorne. Kinn zieht zur Brust. Gleichzeitig komm auf die Zehballen gerollt. Saug die Bauchdecke nach innen. Atme ein ins Brett. Mit der Ausatmung senk hier mit oder ohne Knie. Aber langsam nach unten auf den Bauch ab. Leg die Füße hinter dir auf. Und dann roll die Schultern zurück. Kraft aus dem oberen Rücken. Schöpfen. Komm in die Cobra. Vielleicht ein bisschen höher. Und dann leg deine Unterarme wieder ab. Schaff ein breites Grinsen zwischen deinen Schlüsselbeinen. Du atmest hier ein. Aktivierst wieder deine Mitte mit der Ausatmung. Stell die Zehen hinter dir auf. Und löst direkt die Knie vom Boden. Das Becken wieder auf einer Ebene mit den Schultern. Letzte Runde Unterarmstütz hier. Twiste auf die linke Fußaußenkante. Die Füße gekreuzt. Lass die Schultern parallel mit der Einatmung kommen in deine Mitte. Ausatmung kommen auf die rechte Fußaußenkante. Füße gekreuzt. Und Einatmen wieder in die Mitte aufgepasst. Wir bleiben, du ahnst es, auf der linken Fußaußenkante. Auf dem linken Unterarm und der rechte hebt. Seitliche Plank. Atme ein. Super gut. Du schaffst das auch auf dieser Seite. Mit der Ausatmung senk den Blick langsam. Kein Stress hier auf der Yogamatte. Komm zurück in deine Mitte. Und dann senk die Knie wieder ab. Und schieb den Po nach hinten für die Child's Pose. Wundervoll. Atme noch einmal ein. Und dann spüre dieser inneren Hitze nach. Wieder ein bisschen frische Luft holen. Mit der Ausatmung alles verbraucht raus. Die Hüften sinken zurück in Richtung Fersen. Superschön. Dann komm von hier und mit ganz viel Länge in den herabschauenden Hund zurück. Lass die Hände weit aufgefächert. Den Rücken schön lang einatmen. Und gerne durch den offenen Mund mal wieder ausatmen. Schüttel den Kopf leer. Gut. Ein bisschen lockerer. Komm mit dem Wechselschritt nach vorne an den Anfang der Matte gewandert. Gerne baue hier wieder so einen kleinen Twist mit ein. Aus den Hüften. Und spüre den Lift aus deinem Beckenboden. Lass deine Füße parallel zueinander. Die Beine noch gebeugt. Der Kopf entspannt. Mit der nächsten Einatmung komm den halben Weg nach oben. Zieh die Bauchdecke zurück. Der Rücken super lang. Und mit der Ausatmung tauch nach unten in deine Vorbeuge. Aufgepasst. Mit der Einatmung machst du den Rücken wieder lang. Diesmal hältst du das. Setz dich ein bisschen tiefer in Richtung deiner Fersen. Und hebst dann die Arme zu den Seiten nach oben. Kommst ins Stehen. Und bringst die Hände hier vor deine Mitte. Senk die Schultern einmal ab. Finde einen aufrechten Stand. Und dann kreuzt die Daumen vor der Brust. Fächer alle übrigen Finger auseinander. Und dann lehn dich sanft zurück. Das Becken schiebt vor. Brustkorb hebt sich. Halte die Füße parallel und fest am Boden. Atme ein. Mit der Ausatmung löst die Daumen. Und setz dich tief zurück in Richtung Fersen. Heb die Arme straight nach vorne. Fühl den Stuhl. Atme von Bauch bis Herz ein. Wie zu Beginn. Zieh ausatmen. Die Bauchdecke wieder sanft zurück. Der Beckenboden hebt sich. Und du tauchst nach unten in die tiefe Vorbeuge ab. Hebst gern mal die Arme über den Kopf. Die Daumen rotieren zueinander. So, dass du die Nackenwirbelsäule richtig loslassen kannst. Atme ein. Mit der Ausatmung senk deine Arme. Heb den Blick. Und geh mit dem linken Fuß einen großen Schritt zurück. Ausfallschritt. Rechter Fuß geht wieder ein bisschen nach rechts rüber zur Seite. Und dann beug dein hinteres Bein ein bisschen an. So, dass du dich über das Becken wieder hochkörlen kannst. Und dann erst die Arme hinterher hebst. High Lunge. Atme Länge ein. Streck dein hinteres Bein aus der Hüfte mit der Ausatmung. Tauch tiefer mit dem vorderen Knie über die Mitte deines Knöchels. Gut. Nochmal einatmen hier. Mit der Ausatmung öffne in den zweiten Krieger nach links. Senk die Schultern ab. Lass das vordere Bein gebeugt. Und jetzt kommen wir in so eine kleine Variante. Core aktiv. Kreuz deine Arme. Sodass du dich zurücklehnen kannst zum gestreckten Bein. Rechter Arm zieht zurück. Linker Arm zieht nach vorne. Du trägst dich aus der Mitte. Machst die Arme super lang einatmen. Gut. Kommst in die Mitte mit der Ausatmung. Und machst das Ganze zum gebeugten Bein rüber. Auch hier kreuzen die Arme. Einatmen. Streck die linke Flanke. Gut. Mit der Ausatmung wieder aufrichten. Einmal noch zu jeder Seite. Einatmen. Streck die rechte Körperflanke. Und ausatmen. In die Mitte. Noch einmal zum gebeugten Bein rüber. Atme ein. Hier. Super. Mit der Ausatmung komm wieder hoch. Krieger Nummer zwei. Gut. Streck dein vorderes Bein langsam. Dreh den vorderen Fuß parallel zum hinteren. Und dreh die Füße so ein bisschen zu den matten Ecken nach außen. Gut. Dann heb mal deine Arme bitte. Bring die Finger zusammen. Atme länger ein. Und mit der Ausatmung zieh die Ellenbogen in Richtung Tai. Und beug deine Beine ganz tief in deine Hüfte hinein. Wieder strecken. Die Arme heben. Mit der Einatmen. Mit der Ausatmen. Zieh die Schulterblätter zueinander. Bau Kraft auf hier im oberen Rücken. Einmal noch einatmen. Und mit der Ausatmung setz dich hier tief. Bring die Hände gefaltet an den Hinterkopf. Nicht an den Nacken, sondern an den Hinterkopf. Atme ein. Gut. Ausatmen. Komm zu deiner rechten Seite rüber. Einatmen. Wieder in die Mitte. Bleib tief in den Beinen. Ausatmen. Komm nach links rüber. Gut. Einatmen. Wieder Mitte. Aufgepasst. Mit der Ausatmung halte auf rechts. Lös. Nur die untere Hand. Bring den Unterarm zurück auf den Oberschenkel. Bleib tief in den Hüften. Und dann streck den linken Arm wieder nach oben aus. Atme hier ein. Zieh die untere Taille weg vom Oberschenkel. Und dann ganz langsam schau mal in die untere Hand. Und beginn dein hinteres Bein wieder zu strecken. Der Fuß parallel zum Ende der Matte. Hier warst du schon mal. Wir erweitern. Aus der Körpermitte. Schaufel den rechten Arm nach vorne vor den Körper. Halte hier. Du kannst das. Atme ein. Gut. Mit der Ausatmung beginn. Wenn du möchtest, langsam das vordere Bein mehr zu strecken. Lass eine Mini-Beuge dort, wo das Kniegelenk ist. Aber trag dich aus deiner Körpermitte. Einmal noch einatmen. Langsam senk den Blick mit der Ausatmung. Komm hoch. Wunderbar. Senk die Schultern ab. Greif die Hände hinter dir in eine Faust. Und dann dreh dich nach vorne an den Matten an. Roll die Schultern zurück. Atme Länge in den Rücken ein. Und mit der Ausatmung beug das vordere Bein. Und verneig dich tief in Richtung Matte. Warte. Genieße eine Einatmung. Die Öffnung deines Brustkorbs. Und mit der Ausatmung senk langsam die Hände. Lös die Finger. Und stell die Zehen hinter dir wieder auf. Gut. Drück den rechten Fuß wieder ein bisschen weiter nach rechts. Folgendes kennst du. Schieb die linke Hand fest in den Boden. Heb den rechten Arm wieder zurück in deinen Twist. Atme ein. Und jetzt gut zuhören. Nicht den Kopf verdrehen. Mit der Ausatmung senk dein hinteres Knie am Boden ab. Die Füße ziehen wieder energetisch aufeinander zu. Kor aktiv. Und du richtest den Oberkörper auf. Bleibst getwistet hier. Yes. Atme ein. Aufgepasst. Leg die hintere Hand am hinteren Oberschenkel ab. Und heb den linken Arm in Richtung Deck. Jetzt lehn dich nicht so weit nach hinten. Aber zieh die Arme auseinander. Linker Arm hoch. Rechter Arm tief. Atme ein. Gut. Mit der Ausatmung. Beug den linken Arm. Und klemm ihn an die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Wir gehen in den tiefen Twist. Du kreist den rechten Arm hinterher. Bringst die Hände aufeinander. Und dann schieb die Daumen weiter vor. Das Herz sinkt tiefer in die Hüfte, wenn du magst. Einen Atemzug hier noch. Atme ein. Atme aus. Denk an das Korsett, was dich hier trägt. Rücken, Bauch, Muskulatur. Langsam dreh dich nach vorne. Lass die Hände vor dem Herzen. Bleib schön zentriert. Und dann bring deine Hände zurück zur Matte. Schieb den Po wieder in Richtung Ferse zurück. Einatmen. Streck die Beinrückseite hier. Und mit der Ausatmung beug. Stell die Hände fest am Boden ab. Und komm in den herabschauenden Hund zurück. Ein, zwei Schritte auf der Stelle hier. Gerne ein bisschen dichter auf die Hände nach vorne. Hinzugegangen. Wir drehen direkt in die Gegenrichtung. Die linke Hand schiebt fest in den Boden. Und dann löst du die rechte Hand und bringst sie oberhalb deines linken Knöchels ans Bein. Atme Länge in den Rücken ein und twiste weiter mit der Ausatmung. Lass den linken Fuß unter dir schwerer werden. Kopf locker. Einmal noch einatmen. Hier, gut. Und mit der Ausatmung dreh dich zurück. Komm in deine Mitte. Senk die Knie kurz am Boden ab. Und schieb das Gesäß zurück in die Child's Pose. Spül für einen Moment nach. Atme ein und tief ins Becken aus. Bleib ganz präsent bei deiner Atmung. Für eine letzte Runde hier auf dieser Seite. Tank noch einmal auf. Neue Energie ein und altes verbrauchtes Ausatmen. Gut, dann komm zurück in den herabschauenden Hund, wenn du soweit bist. Endspurt auf rechts. Heb dein rechtes Bein. Dreibeiniger Hund. Öffne deine Hüfte gerne mit. Lass die Schultern parallel. Und dann zieh mit deiner Ausatmung das Knie über dir. Zum linken Ellenbogen rüber. Über die Diagonale kommst du vor. Und streckst das Bein wieder lang nach hinten ein. Atme ausatmen. Komm zum rechten Ellenbogen nach vorne. Gut, und mit der Einatmung streck das Bein lang zurück. Aufgepasst, mit der Ausatmung bring das Knie unter deinen Bauchnabel zur Körpermitte. Und senk das Bein hier langsam am Boden ab. Stell die rechte Hand unter deine rechte Schulter. Dreh den hinteren Fuß wieder parallel zum matten Ende und heb den linken Arm hier. Gut. Nicht lang zögern. Kreuz den rechten Fuß hinter dem linken. Komm in deinen Seitstütz zurück. Heb dich weiter aus der Kraft deiner Körpermitte. Heb das Becken. Einen Atemzug noch. Schaffst du auch noch einatmen. Gut. Mit der Ausatmung senk langsam den Blick. Langsam, stell die Hände wieder auf, die Hüften parallel. Und dann heb das Becken herabschauender Hund. Einmal den Kopf auslockern. Gut gemacht. Wandere die Füße wieder Schritt für Schritt auf den matten Anfang zu. in deine Vorbeuge. Gehe die Füße parallel. Schultern, Nacken ganz entspannt hier vorn. Wundervoll. Wundervoll. Komm mit der nächsten Einatmung den halben Weg nach oben. Zieh die Schultern zurück. Ausatmen, wieder tiefe Vorbeuge. Ganzer Weg nach oben. Mit der Einatmung setz dich tief. Heb die Arme zu den Seiten. Richte dich auf ins Stehen. Und dann bring die Hände vor dein Herz. Zentrier dich noch einmal. Gib mal sanften Druck in die Handinnenflächen. Spür deinen Korps, dein Muskelkorsett. Bauch, Rücken. Und dann verhakt die Daumen vor dem Herzen. Und heb die Arme lang über den Kopf. Schieb das Becken vor. Einatmen. Mit der Ausatmung setz dich tief zurück in die Stuhlstelle. Atme von Bauch bis Herz ein. Mit der Ausatmung tauch wieder ab. Heb die Arme über den Kopf. Lass den Nacken entspannt. Senkt die Arme wieder tief. Heb den Blick. Und setz dein rechtes Bein einen großen Schritt zurück. Linker Fuß macht Platz nach links. Und du beugst das hintere Bein, um das Becken nach oben zu curlen. Heb deine Arme hinterher. Der Blick sanft vor dir. Und dann streck das hintere Bein mehr aus der Hüfte. Gut. Atme nochmal ein. Highland. Atme aus. Lass das vordere Bein gebeugt. Dreh dich nach rechts. Krieger 2. Senk die Schultern ab. Wunderbar. Dann fließ zurück. Wieder Variante. Kreuz die Arme. Rechter Arm zieht vor. Linker Arm nach hinten. Einatmen. Mit der Ausatmung. Komm zurück zur Mitte. Und streck dich. Einatmen. In die Gegenrichtung. Vorderes Bein gebeugt. Körper Mitte trägt dich. Gut. Einmal noch. Kreuz die Arme. Komm zum gestreckten Bein. Einatmen. Beug das vordere Bein. Wieder tiefer. Ausatmen. Komm in die Mitte. Gleich geschafft. Atme nochmal ein. Genieß den Stretch. Mit der Ausatmung. Komm in den Krieger 2. Finde deine Mitte. Gut. Streck das vordere Bein. Langsam. Dreh die Füße sanft nach außen. In die matten Ecken. Und dann heb die Arme noch einmal. Heb den Blick. Mach dich super lang. Mit der Ausatmung. Zieh die Schulterblätter tief in den Rücken. Und setz dich nach unten. Bleib hier. Zieh in kleinen Bewegungen die Schulterblätter nach unten in Richtung Wirbelsäule. Geh tiefer ins Becken. Und dann bring die Hände von dort an den Hinterkopf gefaltet. Atme ein. Und komm mit der Ausatmung zum linken Bein rüber. Einatmen in die Mitte. Und ausatmen. Komm zum rechten Bein rüber. Letztes Mal. Einatmen hier. Und mit der Ausatmung komm nach links. Leg den Unterarm hier ab. Verlängere den rechten Arm hoch zur Decke. Zieh die untere Taille weg vom Oberschenkel. Core fest. Schau in die linke Hand. Und dann beginn langsam dein hinteres Bein zu verlängern. Schieb die Fußaußenkante wieder fest in den Boden zurück. Von hier. Kraftvolle Mitte. Schieb den linken Arm nach vorne. Wie eine Schublade, die du aufziehst. Trag dich aus deinem Core. Muskelkorsett. Und langsam beginn dein vorderes Bein zu strecken. Lass eine Minibeuge auf Kniehöhe. Atme ein ins schwebende Dreieck. Yes. Mit der Ausatmung senk erst den Blick. Und dann richte dich langsam auf. Gut gemacht. Kreis die Schultern wieder zurück. Greif die Finger im Rücken. Und dreh dich nach vorne an den Anfang deiner Matte. Atme Länge in die Wirbelsäule ein. Brustkopf weit. Mit der Ausatmung beug das vordere Bein. Und tauch ab in den Humble Warrior. Genieß hier den Stretch in deinen Schultern. Einatmen. Mit der Ausatmung senk langsam die Hände. Löst die Finger. Und stell die Zehen hinter dir wieder auf. Linker Fuß wandert wieder weiter zur linken Seite. Und dann heb den linken Arm mit der Einatmung hoch in Richtung Deckel zurück in deinen Twist. Aufgepasst. Aufgepasst. Senk dein hinteres Knie wieder am Boden ab. Richte den Oberkörper auf. Bleib getwistet. Hinteres Schulterblatt lehnt zurück. Füße ziehen aufeinander zu. Und dann bring die linke Hand auf den linken Oberschenkel. Der rechte Arm zieht hoch zur Decke. Zieh die Arme mehr auseinander. Atme in die Länge deiner rechten Körperseite ein hier. Und dann beug den Arm über dir und bring den Ellenbogen an die Außenseite des Oberschenkels. Gut. Tiefer Twist. Bring die linke Hand auf die rechte. Und schieb die Hände vor dein Herz. Bleib für einen tiefen Atemzug hier. Spür all diese Muskeln in Bauch und Rücken rings um die Wirbelsäule. Und dann senk langsam den Blick. Komm in deine Mitte zurück. Lass die Hände fest vor dem Herzen. Und dann stell sie ab. Schieb den Po einmal zurück. Die Beine rückseitig lang. Einatmen. Und dann komm ausatmen. Innen herabschauenden Hund. Und linker Fuß zum rechten. Ein, zwei Schritte. Auf die Hände zugehen. Wir twisten in die Gegenrichtung. Rechte Hand schiebt fest in den Boden. Du greifst mit der linken Hand oberhalb des rechten Fußknöchels. Überkreuz greif das rechte Bein. Und dann dreh dich hier in die Gegenrichtung auf. Vielleicht geht der Blick unter der Achselhöhle hindurch. Noch mal weiter einatmen. Und der Fuß unter dir wird schwerer mit der Ausatmung. Wundervoll. Dann langsam löst die linke Hand. Mach den Schritt wieder ein bisschen größer. Und für den Endspurt bleib nochmal stark im Rücken. Heb dein linkes Bein. Atme ein. Ausatmen. Beug das Bein über dir. Und zieh das Knie zum rechten Ellenbogen rüber. Über die Diagonale. Einatmen. Heb das Bein. Wieder dreibeiniger Hund. Ausatmen. Zieh das Knie zum linken Ellenbogen. Gleich geschafft. Atme ein. Langes Bein. Und mit der Ausatmen. Zieh das Knie zum Nabel heran. Und senk es langsam unter deinem Bauchnabel ab. Bring die linke Hand unter die Schulter. Dreh den hinteren Fuß wieder aus. Und heb den rechten Arm in Richtung Decke. Schieb dich nochmal weg. Höher mit dem Becken. Und dein letzter Seitstütz. Nicht lang zögern. Bring die linke Fußaußenkante gekreuzt hinter die rechte. Vashisthasana. Der Seitstütz. Einmal noch. Trag dich aus der Mitte. Einatmen. Heb dich aus der linken Schulter. Schön mit der Ausatmung senk langsam den Blick. Und nimm dir Zeit, um in den letzten herabschauenden Hund zurückzukommen. Gut gemacht. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den geöffneten Mund. Alles wieder aus. Mal richtig lösend den Kopf ausschütteln. Wundervoll. Dann senk langsam die Knie am Boden ab. Sehr, sehr schön. Bring deine Ellenbogen auf deine Matte vor dir. Und wir kommen direkt in einen Stretch. Bring die Hände in Gebetshaltung. Und klapp sie an den Hinterkopf zurück. Wander mit den Ellenbogen neben die Ohren. Und dann atme wie zu Beginn vom Bauch bis in den Brustkorb ein. Aber zieh mit der Ausatmung ganz sanft die Bauchdecke wieder zurück. So, dass du im unteren Rücken nicht durchhängst. Also dich wieder durch deine tiefliegende Muskulatur, die wir gerade so schön gestärkt haben, unterstützt. Und dir dann aber erlaubst, mal zwischen den Schulterblättern zu entspannen. Die Rückseite deines Herzens ganz weit, ganz weich. Löst die Backenzähne voneinander. Zunge im Mundraum entspannt. Einmal noch tief in den Brustkorb einatmen. Und in Richtung Matte ausatmen. Sehr schön. Dann lös langsam deine Hände. Stell sie zu den Schultern zurück. Und dann schieb dich langsam in den Katzenbuckel für die Gegendehnung zwischen den Schulterblättern. Schaff richtig viel Raum. Und dann mach hier vielleicht auch so ein paar Bewegungen von links nach rechts, sodass du den oberen Rücken richtig aufdehnen kannst. Gut, dann komm langsam nach hinten. Und zum Sitzen roll deine Schultern ein, zweimal weg von den Ohren. Und dann gehen wir hier direkt über in ein schönes Stretching. Du kannst dich gerne erhöht vielleicht auf ein Kissen oder auf eine Decke setzen. Ich habe hier immer so eine Rolle neben der Matte liegen. Aber schau einfach, dass du möglichst bequem aufrecht sitzen kannst. Vielleicht ist das ein Fersensitz. Vielleicht ist das ein Sitz mit gekreuzten Beinen. Und dann heb mit deiner Einatmung die Arme nochmal weit zu den Seiten. Die Daumen zurück. Das Brustbein schiebt vor. Mit der Ausatmung gib dir eine dicke Umarmung. Bring den Linken über den rechten Arm. Die Hände zu den Schulterblättern. Wieder so ein kleiner Katzenbuckel hier. Einatmen, öffne wieder weit. Blick in den Himmel. Mit der Ausatmung bring den Linken über den rechten Arm. Katzenbuckel. Hände zu den Schulterblättern. Einmal noch atme weiter ein. Und dann aufgepasst. Mit der Ausatmung schlüpft der linke Arm unter den rechten. Kreuz die Ellenbogen. Richte dich auf und kreiste die Handgelenke so ein bisschen. Genau, sodass du die Handflächen vielleicht aneinander legen kannst. Vielleicht verhackst du die Daumen, wenn das besser gelingt. Und dann verlängere die Wirbelsäule wieder durch die Einatmung. Und mit der Ausatmung lass den ganzen Schultergürtel tiefer sinken. So als wolltest du die Schulterblätter eine imaginäre Wand nach unten fließen lassen. Lass die Gesichtszüge hier ganz weich. Genieß den Stretch im oberen Rücken. Gut, einmal mehr einatmen. Und tief wieder ausatmen. Wunderbar. Löst die Arme zu den Seiten. Nochmal weit öffnen. Atme ein. Daumen ziehen zurück. Ausatmen bringen den rechten Arm unter den linken. Und kreuz die Hände hier wieder. Richte dich durch die Einatmung weiter auf. Und mit der Ausatmung lass den Schultergürtel wieder sinken. Kiefergebiss ganz entspannt im Mundraum. Lass die Augen auch für einen Moment geschlossen lassen. Wenn du magst, spür den Atem hinterher in den oberen Bereich deines Rückens. Lass das Becken unter dir schwerer werden. Und dann langsam löst das wieder. Gut. Bring die Arme nochmal zu den Seiten und klapp die Fingerkuppen auf die Schulterdächer. Und dann mach hier ein paar letzte kreisende und gern richtig gründliche Bewegungen, um den ganzen Schultergürtel ein bisschen zu lockern. Nach all diesen kraftvollen Stützhaltungen heute. Und dann mach das in die Gegenrichtung. Gut. Dann komm in deine Mitte zurück, gependelt. Lass die Schultern ganz entspannt. Und dann komm vom Sitzen in die Rückenlage zurück. Und solltest du ein Kissen oder eine Decke bei dir haben, dann kannst du die jetzt gerne gerollt oder kompakt hinter dich legen, sodass du dich leicht erhöht nach unten sinken lassen kannst. Also der Wirbelsäule entlang nach unten kommst. Wenn du jetzt gerade nichts hast, dann kommst du einfach so in die Rückenlage. Gut. Und wenn das für den unteren Rücken okay geht, dann kannst du hier die Füße zusammenstellen und die Knie zu den Seiten fallen lassen. Wenn das unangenehm ist oder irgendwann unangenehm wird, dann lässt du die Füße aufgestellt und die Knie zusammensinken. Senkt das Kinn in Richtung Brust. Und dann bring die Handrücken neben dir zur Erde. Lass die Daumen nach außen fallen. Lass die Augenlider entspannt nach unten sinken. Nimm alles an Anstrengung aus dem Gesicht. Und folg dem Atem zurück in den Bauchraum. Atme lang ein. Und tief wieder aus. Die Bauchdecke sinkt zurück. Jetzt ohne jeglichen Kraftaufwand. Entspannen die Bauchdecke, all die Muskeln. Darunter und rings um die Wirbelsäule. Lass das Becken schwerer werden. Lass los in den Kniekehlen, den Hüftbeugern. Und egal wie die äußere Form deiner Entspannung heute nach dieser intensiven Yoga-Praxis aussieht, lass dich hier für einen Moment ganz gedankenlos in den Moment sinken. Komm hier von Neuem an und bleib für einen letzten Moment hier ganz in Ruhe, ganz entspannt mit dir. Und dann, wenn du dich in den Kniekehlen hast, Vielen Dank. Egal wo du bist, bring die rechte Hand nochmal auf den Bauch zurück und die linke Hand auf dein Herz. Und dann atme wie zu Beginn von der rechten Hand hoch in die linke ein und von der linken Hand zurück in die rechte aus. Und wieder in Kontakt zu deiner Atmung, in Kontakt mit dem Körper. Schließ die Knie ganz langsam wieder. Lass sie für einen Moment in der Mitte zueinander sinken. Öffne die Füße mattenbreit. Und dann bring dein Kinn in Richtung Brust. Mit oder ohne Unterstützung deiner Hände roll dich Wirbel für Wirbel nach oben ins Sitzen zurück. Solltest du erhöht auf deinem Kissen oder deiner Decke gelegen haben, dann mach hier gerne ein, zwei letzte ausgleichende Bewegungen. Ansonsten finde hier in den aufrechten Sitz zurück, die Augen noch geschlossen, entspann die Schultern tief. Und dann heb mit deiner Einatmung deine Arme zu den Seiten, mach dich nochmal ganz, ganz groß und bring die Hände mit der Ausatmung vor deinem Herz zurück. Deine starke Mitte, von vorn als auch von hinten, sowohl Bauch als auch Rücken. Verneige dich mit einem großen Danke an dich selbst. Namaste, schön, dass du es auf die Matte geschafft hast.